Morgen ist es endlich soweit. Wir sind wieder zurück im wunderschönen Hamburg. Denn wir öffnen morgen ab 10 Uhr den neuen Cyberport Store hier. Und hier, das seht ihr schon hinter mir so ein bisschen, wir stehen hier in der Galeria Kaufhof im Erdgeschoss an der Mönckebergstraße. Das heißt, es ist wirklich zentralste Lage hier an der Shoppingmeile. Ihr kommt mit den Öffentlichen super hierher. Also der Hauptbahnhof ist zu Fuß drei Minuten entfernt. Und auch die U-Bahn-Haltestelle Steinstraße und Mönckebergstraße sind direkt ums Eck. Und wenn ihr mit dem Auto kommen wollt, ist auch gar kein Problem. Die Galeria Kaufhof hat ein eigenes Parkhaus, das direkt nebenan ist. Also es gibt eigentlich keine Ausreden mehr, warum ihr nicht kommen könntet. Es gibt eher noch ein paar Gründe, warum ihr kommen solltet unbedingt, wenn ihr uns nicht verpassen dürft. Denn wir haben Gutscheine für euch. Wir haben auch richtig gute Angebote. Und vor allem haben wir auch ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein iPhone X gewinnen könnt. Also kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Morgen sind wir von 10 bis 20 Uhr für euch da.